Ja Leute, das Partyback war für eine reinste Katastrophe. Wir machen jetzt die Redpick 86 Plus. Food Champions Premium Upgrade. Ich habe elf Schmutzspieler reingemacht. Hier ist Stindl dabei. 84er, die ich nicht brauche. Alles, was ich nicht benutzen werde. Und jetzt gucken wir, was hier drin ist. Vielleicht haben wir ja Glück. Ziehen wir jetzt hier was Einständiges. Von dem anderen eben bin ich enttäuscht. Und auch hier bin ich enttäuscht. Ich werde Joe Cancelo nehmen, weil der zu CR7 gut linkt. Ist auch der einzigste Grund, weil auch das war jetzt ein Pack für zum Vergessen. Nein, nicht Stadion, Mannschaft. Es war ein Pack zum Vergessen. Wen können die Einstatt bei Nieder davon hinstellen? Könnte man mal spielen. Aber könnte man auch nicht zerspielen. Nein, nein. Hmm. 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 Vielen Dank. Sehr teuer. Gibt es denn auch so eine Billigvariante von dem? Das war glaube ich der 87er. Jetzt habe ich die richtige Karte. Die 87er Karte wird überhaupt nicht angezeigt. Die 87er Karte. Toll. Weil so könnte man eigentlich auch spielen. Muss ich tatsächlich mir mal überlegen. Vielleicht mache ich auch mal so eine WL. Aber nehmt es mir nicht übel. Ich bin ein bisschen angepasst. Diese Wundertüte. Zu heftig.